Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Prost Peter damit und herzlich willkommen. Herzlich willkommen Peter zu deinem eigenen Podcast. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch. Ich habe da gerade was ploppen hören. Was ist denn da los? Jetzt ist es gerade mir scheu mit entgegengekommen. Es nennt sich Bier. Oh, was ganz Feines. Feiner Tropfen. Bei den Temperaturen aber auch nötig, oder? Ja, ich sage es auch vorweg. Ist mir jetzt egal, von wegen Sound und so. Ich habe die Balkontür offen und hier bläst die ganze Zeit jemand. Wie bitte? Das ist ein jugendfreier Podcast. Seit wann das denn? Nee, der Darth Vader, der bläst hier. Also wir nennen ihn Darth Vader, weil der so schwarz ist und so stylisch geformt. Das ist ein Turmventilator, der sich hier dreht. Und die ganze Zeit ordentlich kräftig bläst. Schön. Ist mir egal. Wenn es vom Sound her jetzt nicht so geil ist wie sonst. Die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es ja auch langsam. Ich wohne unterm Dach oder wir wohnen unterm Dach. Und das geht langsam nicht mehr. Das ist nicht aussehen. Ja, ich habe den Nachteil, ich habe keinen Ventilator und ich habe auch nur ein Dachfenster. Aber wenn ich dieses öffnen würde, würde man den ganzen Verkehr von draußen hören. Und das möchte ich keinem zumuten. Deshalb schwitze ich hier vor euch. Wohnt ihr auf der Straße, oder? Nee, aber an der Straße. Das Gebäude ist mitten auf der Straße dran. Es ist über der Straße. Wir wohnen auf einer Brücke. Ich habe mich sozusagen hochgearbeitet. Vorher war ich unter der Brücke, jetzt bin ich über der Brücke. Ja, schön. Das ist eine gute Geschichte auf jeden Fall. Bevor wir uns weiter um Kopf und Kragen reden, herzlich willkommen liebe Filmfressen-Familie beim Cinefeel-Podcast, wie ihr es natürlich schon im Intro gehört habt. Wir haben heute wieder ganz viele Sachen, über die wir sprechen wollen. Und da könnt ihr mal schön lauschen mit euren süßen kleinen Ohrmüschelchen. Ja, Peter schreibt sich das auf. Ich habe mir das hinter die Ohren geschrieben, genau. Ja, sehr gut. Ja, ein Film, auf den wir die ganze Zeit warten. Mulan, den wir unbedingt gucken wollten. Was ist mit dem los jetzt? Wo ist der? Wann kommt der? Ich will den doch endlich sehen. Ja, dann musst du, glaube ich, nochmal tief in die Tasche greifen und dir noch einen weiteren Streaming-Dienstanbieter besorgen. Ja, nicht nur das. Also, wenn ich mir Disney Plus hole, was ich noch nicht habe, damit ist er noch nicht getan. Dann muss ich noch 30 US-Dollar bezahlen, dann kann ich den gucken. Ja, das hat zur Folge, dass dieser Film nicht im Kino läuft. Und das wäre der nächste große Disney-Film. Und eigentlich der Hoffnungsschimmer der Kinobranche in Deutschland derzeit. Ja, das kannst du ja aus erster Hand sagen. Wir hatten letzte Woche ja diesen Hashtag Geht ins Kino ins Leben gerufen, den ein paar Leute ja auch schon beherzigt haben. Vielen Dank an der Stelle. Und ja, es ist schön zu sehen, dass immer noch Menschen ins Kino gehen. Aber schade, dass eben so ein Film nicht im Kino läuft. Da gab es ja schon ein paar Diskussionen. Unter anderem habe ich das hier bei Kino Plus auch schon gesehen. Und wir haben natürlich auch im Privaten schon einiges rumdiskutiert und uns ja hauptsächlich geärgert mit den Kollegen Christoph N. Kellerbach und Daniel Goris. Ja, Peter. Was machen wir jetzt? Tja, also ich hole mir erstens den Streaming-Dienst Disney Plus nicht. Abhängig davon, dass ich von Disney, glaube ich, so in fernen Zukunft maximal die Marvel-Geschichten mir angucke. Ja, aber da muss ich mal sagen, mich reizt ja schon, so wegen Mandalorian und auch wegen so Sachen wie DuckTales und Darkwing Duck. Das finde ich ja schon ein bisschen geil. Ja, mit Star Wars kannst du mich halt nicht holen, ne? Ja gut, aber Darkwing Duck und DuckTales zum Beispiel. Boah, weiß ich nicht. Werner Herzog spielt mit bei The Mandalorian. Stimmt, da spielt er ein Bösewicht, oder? Ja, ich glaube. Ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Ja, nee, sorry. Aber mir reichen die zwei Streaming-Dienst-Angebote, die ich habe. Und ich fände es schade, wenn das jetzt solche Ausmaße annimmt, dass halt alles auf diesen Streaming-Diensten landet. Also so weit ist es noch nicht, ne? Das ist jetzt eine Maßnahme, es ist ein erster Schritt und das ist auch noch einmalig, ne? Das ist ja das Erste. Das Problem ist nur, das öffnet ja Tür und Tor. Also gerade wenn so ein großer Film ist. Das gab es ja schon mit The Hunt und noch so ein paar anderen Filmen. Trolls 2, World Tour oder wie das heißt. Genau, genau. Aber jetzt ist halt so ein großer Blockbuster, sagt man ja, der gar nicht erst den Weg ins Kino findet. Weil es ist anscheinend nicht los. Also zumindest in den USA und in Europa nicht. In China steht es ja, glaube ich, noch zur Debatte. Okay, das wäre mir jetzt neu, weil deren Kinos ja schließlich auch noch geschlossen haben. Ich meine, das sind halt auch die zwei großen Märkte, ne? Und wenn man die vor allem halt in den USA nicht zeigen kann, dann bringt das halt nichts. Und verschieben wollen sie es anscheinend nicht. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Kannst du nicht nur glauben, sondern ich hoffe es natürlich vor allem auch. Weil das natürlich uns Kinobetreiber eigentlich mal auch ziemlich wütend gemacht hat. Ich weiß nicht, hast du da dieses Video von einem französischen Kinobesitzer gesehen, dass er so viral gegangen ist? Der diesen Standy verbrannt hat? Oder was das war? Ja, Standy verprügelt hat mit einem Baseballschläger. Achso, und ich kenne nur das, wo so einer verbrannt wird. Okay, ja, kann ich verstehen. Weil ich meine, da wird halt monatelang Werbung in den Kinos für gemacht, um dann halt zu erfahren, so, hoch, ne, ihr kriegt den gar nicht. Eller Batsch. Aber im Endeffekt glaube ich halt nicht, dass der ähnlich gute Zahlen auf deren Kanal finden wird. Ich denke, dass es sich hierbei um Schadensbegrenzung handelt. Also das Ding ist, glaube ich, eh schon als wirtschaftlicher Verlust verbucht. Also in den Köpfen, natürlich noch nicht in den Büchern. Aber dass man damit einfach versucht, ja, einfach den Schaden, den finanziellen Schaden so gering wie möglich zu halten. Und klar, für 30 Dollar, das ist klar, wenn du jetzt eine 3, 4, sagen wir mal 5-köpfige Familie hast, da lohnt sich das schon. Danach kannst du den ja auch so oft gucken, wie du willst. Also der gehört an dir. Das ist schon natürlich ganz nett irgendwo. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich das finanziell rentieren wird. Wahrscheinlich nicht. Und da geht es wirklich nur darum, die Millionen Verluste eben nicht ganz so groß zu haben und dann darauf zu hoffen, dass eben die ganzen Leute, die den halt sehen wollten und wenn es kleine Familien sind, dass die sich den dann halt einmalig kaufen. Die Entwicklung ist natürlich trotzdem nicht toll. Also ich befürworte das gar nicht, eben weil das so ein Signal ist auch. Es könnte eine Initialwirkung halt verursachen. Genau, einen großen Film nur noch so zu vermarkten, um dann zu sagen, ja, aus finanziellen Gründen, das ist sehr schwierig. Also ich gucke ja natürlich nur aus der Sicht eines Filmfans, der natürlich auch Fan des Kinos an sich ist und natürlich damit eher auf der Seite der Kinoindustrie steht. Für den Konzern ist das natürlich logisch. Nicht nur logisch, sondern für die ist es wahrscheinlich auch von Vorteil, ach cool, ey, wir haben ja noch die Möglichkeit, weil gerade sowieso DVD und Blu-ray im Markt jetzt auch nicht so funktioniert. Hm, lass es exklusiv so machen und dann kriegen wir zumindest noch ein paar Millionen zusammen. Und die werden die weltweit durchaus zusammen bekommen. Es haben aber auch ein paar Leute Punkte gebracht, die sagen, ja, das Kino hat es vielleicht vorher auch schon verschlafen. Ich kenne ein paar Leute, die haben mir auch gesagt, ja, aber Kino ist viel zu teuer und die zeigen nicht im Original. Das waren Leute hier in Köln. Dann sah ich auch so, pass mal auf, du wohnst hier in Köln. Hier gibt es fünf Kinos mindestens, die Filme im Original zeigen. Und die sind auch nicht alle teuer. Also wenn du in ein Programmkino gehst, da zahlst du für ein Ticket zwischen fünf bis sieben Euro. Und Popcorn, gut, gibt es nicht in allen Programmkinos, aber so die Snacks und die Getränke, die kosten jetzt wirklich nicht mehr als im Kiosk. Das ist wahrscheinlich genauso viel. Ja. Und da kann man das halt schon mal bringen, finde ich. Auf jeden Fall. Ausnahme, natürlich, wenn jetzt wieder eine fünfköpfige Familie kommt und sagt, ja, wir können uns das nicht leisten. Ja, okay, klar, es gibt immer Ausnahmen, wo das eben nicht so einfach zu formulieren ist, aber wir reden jetzt mal so vom Durchschnitt. Ja, das mit OV finde ich aber auch ein ganz, ganz komisches Argument. Weil wir in Bad Gudesberg, in einem kleinen Bad Gudesberg, haben auch sehr, sehr, sehr viele OVs gezeigt. Die wurden dann halt schrittweise immer weiter ein bisschen runtergefahren, weil sich das halt von den Besucherzahlen dann häufig auch nicht ganz so gelohnt hat. Das Gros der Leute hat halt schon noch die deutschen Synchros geguckt. Ja, da muss man sich halt nicht wundern, wenn dann halt auch OVs halt auch mal weniger gezeigt werden. Aber ich habe halt auch immer wieder aus Köln Stimmen gehört, die, wir hatten ja zwischendurch auch mal eine OV-Sneak, gerne zu uns rübergekommen sind, weil der Synodrom das beispielsweise auch lange Zeit gar nicht groß gefahren hat. OV-Sneak haben die, glaube ich, gehabt. Ja, ja, OVs, die hatten sie, aber was so das OV-Programm angeht, war das eher was dünner? Ja, genau, das gibt es im Synodrom so gut wie gar nicht. Ausnahme ein paar türkische Filme oder Pressevorstellungen natürlich. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass eben OVs eben dann für andere Kinos vorbehalten sind. Eher die sind auf, die haben ein anderes Publikum. Ja, ja, klar. Ich meine, es ist halt auch schwer. Wenn du dann halt in der Umgebung so viele Kinos hast, dann vor allem auch viele Programmkinos, die halt OVs zeigen, dann lohnt es sich in der Regel für dich auch nicht, die ins Programm aufzunehmen. Da kann ich das dann halt als Multiplex auch verstehen, dass das halt runtergefahren ist. Das Arthouse-Kinopublikum geht nicht ins Synodrom und zahlt nämlich da die teuren Preise. Ja. Und dann so 10 Euro für Getränk und Popcorn oder irgendwas oder für einen Snack. Das eben dann nicht. Dennoch, also so diese Entwicklung, die gerade hier vonstatten geht, das ist sehr traurig, alleine von außen das zu beobachten. Von innen noch viel bitterer. Unsere ganzen Freunde, die ja im Kino arbeiten. Was wirklich schade an der ganzen Geschichte grundsätzlich ist, ist, dass Filme nun mal auch nicht unbedingt alle, aber sehr viele Filme sind halt für die große Element gemacht. Und deshalb will ich halt unbedingt den Tenet, der ja Ende des Monats hoffentlich dann anlaufen wird. Also noch steht alles auf grün, aber das ist halt so ein Film, den will ich unbedingt auf der Leinwand sehen. Ja, klar. Ich denke, auch die Leute, die sich Mulan anschauen wollen, die würden den natürlich auch bevorzugt, glaube ich, auf Leinwand schauen und nicht zu Hause auf dem großen Fernseher oder von mir aus auch auf der kleinen Leinwand zu Hause. Wenn ich mir dann auch so Geschichten anschaue, wie zum Beispiel Herrn Scorsese, der ja auch quasi schon so zum alten Eisen gehört und hingehen und über Netflix dann so seinen letzten großen, ja nicht seinen letzten, aber den letzten, den er gemacht hat, den Film halt macht, finanzieren lässt und halt auch rausbringt dann. Den habe ich im Kino gesehen übrigens. Er hat eine Kinoauswertung. Ja, eine limitierte Kinoauswertung. Richtig. Ja, aber der ist nicht flächendeckend gelaufen. Das liegt aber wieder an anderen Sachen. Das liegt nicht am Kino. Das liegt daran, dass Netflix ihm das Geld gegeben hat, was er haben wollte, um einen Film zu machen und dass andere Produktionsstudios eben keinen Bock hatten, ihm das Geld zu geben. Ja, natürlich, klar. Aber trotzdem, wenn dann schon alte Hoogdegen sozusagen darauf verzichten, ihre Filme auf Leinwand zu bringen. Ja, also dann haben es vielleicht auch Produktionsstudios oder Produzenten eben auch ein bisschen verbockt. Ja, ja, natürlich. Es ist ja auch nicht immer nur einer da, der Schuldige. Ja, ja, natürlich, weil Disney ist ja dann auch jetzt hier der Verleih quasi, der Mulan uns der Leinwand verwehrt. Ja. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass grundsätzlich da vielleicht auch mal ein Umdenken bei den Verleihern passiert. Ja, das ist genau, wie wir gesagt haben. Eigentlich hätten sie jetzt Zeit. Ja. Gebt den Film die Zeit, das Einzelspiel. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, The New Mutants wurde auch verschoben. Keine Überraschung, oder? Seit wann wird er eigentlich verschoben? Seit drei Jahren? Seit vier Jahren? Ja, seit drei mindestens. Ja. Wer will den eigentlich sehen? Ja, ich habe mir letztens nochmal einen Trailer angeschaut. Boah, nee. Nee, da habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Nee, ich hatte auch vor drei Jahren nach dem Trailer schon keinen Bock drauf. Ja, so der erste Teaser, der sah ganz okay aus. Ja, ach. Ja, so Horror, Comic. Der Brightburn hat dir das so gut gefallen. Nee, das sah so gut. Ich fand den, ich finde den ganz gut. Aber nicht so gut. Budget, was er hatte, das hat er ordentlich eingesetzt. Auf jeden Fall, ich fände den nicht so scheiße wie du und andere. Ja, okay. Der Teaser hat ja hauptsächlich ausgemacht, dass es ja scheinbar so in Horrorgefilde ging. Aber durch die Trailer, die jetzt immer expliziter wurden, ich glaube, es gibt sogar schon die erste Sequenz online zu schauen. Also die erste wirkliche Szene vom Film. Und was da an CGI-Schwachsinn auf einen niederprasselt, das fand ich schon grausig. Ich habe da mittlerweile gar keinen Bock mehr drauf. Ja, das war aber klar. Naja, gut. Also Video Killed the Radio Star und ob Disney jetzt den Movie Theater oder den Cinema Star gekillt hat oder killen wird, werden wir noch rausfinden. Korrekt, aber es gibt halt einen, den man nicht töten kann und das ist David Arquette. Wow. Falls du dich noch an den Herren erinnerst. Natürlich, klar. Das ist der Ehemann oder Ex-Ehemann von Courtney Cox. Ach, die sind nicht mehr verheiratet? Nee, ich glaube schon ja gar nicht mehr. Ich kenne ihn hauptsächlich aus Scream. Ja, das geht mir nicht anders. Ich kenne ihn aber auch noch als WCW Champion. Der hat nämlich, ich weiß gar nicht mehr genau, so irgendwann in den 2000ern, Anfang der 2000er ist der wirklich mal in den Wrestling-Ring gestiegen. Warum? Der ist doch voll der Lappen eigentlich, oder nicht? Also körperlich jetzt. Sorry, kein Disney. Aber so körperlich ist der schon so ein Lauch. Ja, der hat auch nichts gemacht. Das war das Krasse. Also der hat halt zwar in zwei, drei Matches mitgemacht, aber nicht wirklich mitgemacht. Also es war immer sein Partner, der da für ihn was gemacht hat. Auf jeden Fall hat er, ich glaube 2000 war es, hat halt den Gürtel dort gewonnen, ist Champion geworden und seitdem ist es mit seiner Karriere so ein bisschen bergab gegangen. Aber den hat er noch, ist der amtierender Gürtel-Champion da, oder was? Nee, nee, den musste er wieder abgeben, den hat er irgendwann verloren. Ach so. Aber typisch Schauspieler auch, ne? Lässt du die Drecksarbeit, lässt du die Stuntman machen? Ja, klar. Das habe ich tatsächlich erst heute gelesen. Tatsächlich? Tatsächlich. Absolut richtig. Ja. Dass quasi darüber und ab da eine Dokumentation über ihn erscheinen soll. Der Film hat leider noch keinen Kinostart in Deutschland. In den USA, glaube ich, läuft der jetzt bald an. Wie, weiß ich nicht. Wahrscheinlich über Streaming. Hätte ich uns auch getippt, ja. Quasi kehrte zurück in den professionellen Wrestling-Ring und führte auch eine Reihe von Matches durch. Und er erzählt halt so von seinem Aufstieg und so von seinem Abstieg, Abfall. Er ist jetzt quasi von David Arquette zu Officer Doofy geworden. Aus Scary Movie. Das verstehe ich jetzt nicht. Scary Movie, kannst du dich nicht mehr erinnern? Ja, doch, die Rolle... Ach so. Ah, jetzt stimmt. Und das andere war es... Die Verarschung von seiner Rolle war ja der Officer Doofy. Ja, richtig. Korrekt. Nee, aber da hat der Trailer mir sehr viel Freude bereitet. Das wird, glaube ich, eine Gaudi. You cannot kill David Arquette. You cannot kill David Arquette, korrekt. Okay, jetzt bin ich auch ein bisschen angegeilt. Sehr schön. Ich habe so einen Halbsteifen gerade in meiner Boxer schon. Oh, oh, oh. Wie schön, dass du ein Blasgerät in deiner Wohnung hast. Naja, hier wird die ganze Zeit geblasen, Junge. Das ist wie im Pasha. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das offen... Hat das offen? Nee, wahrscheinlich nicht. Corona. Kann ich mir nicht vorstellen. Sexarbeit darf wahrscheinlich nicht durchgeführt werden. Ich gehe stark davon aus, dass das nicht erwünscht ist. Wer auch nicht immer Dienst nach Vorschrift macht, das sind die Detectives bei True Detective. Das ist nämlich die Sache. Ich habe gar nicht so viele Filme zuletzt geguckt. Und ich habe auch meinen eigenen Hashtag geht ins Kino leider letzte Woche nicht befolgt. Ich habe viel andere private Sachen getan. Was auch mal gut war zur Abwechslung. Aber ich habe mal wieder mit meiner Freundin True Detective angeschaut. Also die erste Staffel. Und jetzt sind wir gerade wieder bei der zweiten. Die zweite ist sehr unterschätzt übrigens immer noch, weil die eben so anders ist als die erste. Und die dritte wird ja wieder sehr gelobt, weil die eben von der Stimmung wieder so wie die erste ist. Und auch diese drei Zeitebenen hat. Und bei der ersten Staffel, also die passt auch so zu dem Wetter. Dieses Louisiana, dieses verschwitzte, dieses elende Dings, diese Sumpflandschaften da. Sehr geil. Kann man sich wirklich, wenn man die ein paar Jahre nicht gesehen hat, wirklich nochmal reintun. Eigentlich kann man die sich... Eigentlich kann ich die nächste Woche nochmal angucken. Das ist so gut einfach. Auf jeden Fall. Diese Charakter, also nicht nur die Figuren, sondern auch so diese Atmosphäre. So einzigartig, das ist so geil geschrieben. Ein paar richtig schöne, kluge Sprüche, die man dann auch irgendwie so für Instagram oder Facebook nutzen kann. Auf jeden Fall. Und dann, ey, Woody Harrelson und Matthew McConaughey. Die beiden, die das ja auch produzieren, die Serie. Auch die zweite Staffel auf jeden Fall. Dritte meine ich auch. Das ist unglaublich, was sie da abliefern. Und ja, welche fiesen Blicke so in die menschlichen Abgründe. Aber jetzt nicht nur so im Rahmen von Serientätern, sondern auch so in der Familie. Was so da passieren kann und einfach so zwischenmenschliche Abgründe. Das wollte ich sagen. Kann man immer wieder empfehlen. Das ist aber auch jedes Mal wieder eine Entdeckung. Das Coole ist, ich habe das ein paar Jahre nicht gesehen und somit auch einige Sachen vergessen. Und das war natürlich dann cool. Es war fast wieder so, das halt nochmal zu sehen oder nochmal zu erleben, nochmal neu zu erleben. Das war echt herrlich. Ich habe auch beide Staffeln relativ schwach in Erinnerung, muss ich sagen. Aber ich habe auf jeden Fall in Erinnerung, dass ich die zweite überaus unterschätzt finde. Die fand ich so vom Setting her auch richtig geil. Ich fand auch cool grundsätzlich bei der Serie natürlich, dass jede Staffel quasi neue Detectives beleuchtet. Bringt halt auch ein bisschen Abwechslung. Das ist ja dann auch durcherzählt. Was willst du jetzt von Russ und Marty noch irgendwie da großartig erzählen? Also das reicht ja auch. Das ist ja irgendwie abgeschlossen. Da jetzt nochmal irgendwie sowas dran zu hängen oder dann zwischenzeitlich zu zeigen oder so. Das fände ich auch wirklich zu arg konstruiert. Ja. Und ich finde halt grundsätzlich dominieren dann auch die beiden Hauptdarsteller. Aber auch in den Nebenfiguren ist das teilweise sehr cool besetzt. Wobei ich glaube ich sogar die dritte Staffel noch gucken muss. Ich glaube, die habe ich noch nicht gesehen. Die ist auch super. Mahershala Ali in der Hauptrolle. Aber in der zweiten hier Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams und Taylor Kitsch auch in der Nebenrolle. Also super stark. Kelly Riley auch noch. Die finde ich auch super. Ja, stimmt. Die spielt die Frau von Vince Vaughn. Ja, also unglaublich gut. Ja, auf jeden Fall. Sehr hochkarätig, was da so grundsätzlich aufläuft. Ja, es ist halt wieder so eine Top-Notch-HBO-Serie. Hochwertig produziert. Also in allen Belangen einfach großartig. Ja, man kann ja nicht nur ins Kino gehen, man kann ja auch ins Netzkino gehen. Ja, ich, wer Instagram verfolgt hat, der hat ja gesehen, dass ich diese Woche auf jeden Fall einmal, nicht nur beruflich, sondern auch privat, dem Hashtag gehtinskino gefolgt bin und mir einen aktuellen Kinofilm angeschaut habe. Zudem natürlich später etwas mehr. Aber grundsätzlich spricht natürlich nichts dagegen, auch ab und zu mal was online zu schauen. Und ich habe vor kurzem, habe ich das Netzkino entdeckt. Ja, kann man halt als App auf dem Fernseher haben, kann man aber auch bei YouTube, glaube ich, finden. Und da gibt es halt ein paar sehr außergewöhnliche, sehr eher unbekanntere Filme. Und so habe ich mir zwei sehr interessante, wobei zweiterer für mich auch ein ziemlich guter Beitrag war, gefunden und angeschaut. Das erste ist ein bulgarischer Schwarz-Weiß-Thriller aus Bulgarien, wie ich ja schon gesagt habe. Ein bulgarischer Film aus Bulgarien. Genau. Sehr überraschend, aber ja, man mag es kaum glauben. Die Kombi ist tatsächlich hier vertreten. Der heißt Zift. Ich habe keinem Lass und Schimmer, was das heißt. Ist aber auch völlig egal. Ja, weil ich fand den interessant. Interessant ist jetzt natürlich ein Wort, mit dem man nicht viel anfangen kann. Womit man was anfangen kann, ist Wart zum Humor und sozialistische Elemente. Weil ja auch Bulgarien unter dem Einfluss der ehemaligen Sowjetunion stand. Wie ehemalig. Hä? Was ist denn da los? Ja, gibt es ja nicht mehr, oder? Jetzt gibt es nur noch Russland. Also die heutige Udias ist ja. Genau. Richtig. Der Film wurde, das spiegelt auch so ein bisschen wieder, was wir hier vorliegen haben. Nämlich ein Film, mit dem der Verleih nicht genau wusste, was er machen soll. Der wurde nämlich in Deutschland als Hell of Prison und, beziehungsweise oder als Fehlurteil, 20 Jahre für nichts oder ausgeliefert, die Hölle ist überall beworben. Also irgendwie jedes Titelklischee einmal durch. Genau. Und das klingt halt nach, ne, billigem Actioner aus der Schmiede von, weiß ich nicht. Aber ist halt ganz, ganz weit entfernt von dem, was die Titel hier suggerieren. Also da ist Zift schon passender. Also bei Zift geht man ja, glaube ich, auch eher davon aus, dass das, ja, so eher so Richtung Arthouse geht. Und vielleicht ein bisschen ungewöhnlich vor allem, ne. Und das ist halt auch hier der Fall. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Film. Hat eine sehr interessante, melancholische Stimmung. Ich will jetzt gar nicht so viel zu der Geschichte erzählen. Es geht vor allem um einen Bankraub. Es gibt Einflüsse halt, wie gesagt, des Sozialismus, spielt im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht so ein bisschen um den kommunistischen Apparat. Es geht um Pläne, die hier Figuren spieden. Und im Endeffekt auch um, hier zentrales Thema ist auch ein Diamant. Du hattest letztes Mal hier mit, wie heißt der, nicht Ben Affleck, sondern Sandlers. Adam Sandler, Uncut Gems. Genau. Letztens ist gut, vor einem halben Jahr ungefähr. Ja, ist auch letztens. Ja, neulich erst. Und das ist ja halt hier auch quasi so ein, ja, MacGuffin mehr oder weniger. Im Endeffekt fand ich, hatte das eine coole Dramaturgie. Wie gesagt, melancholisch. Teils sehr düste Atmosphäre hat. Manchmal ein bisschen an Film Noir erinnert. Aber was ich wirklich cool fand, war, dass er viel in Rückblenden erzählt. Und diese Rückblenden interessant dargestellt wurden, weil parallel quasi immer Geschichten von Unfällen erzählt wurden. Und das war sehr makaber, wie die das Ganze eingesetzt haben. Sehr schönes Bildnis, auch mit einer Gottesanbeterin. Wir wissen ja alle, dass Gottesanbeterin ihren Partner nicht sogar nach dem Sex, sondern während des Sexes köpfen, wodurch das männliche Wesen dann noch potenter wird, was irgendwie ein bisschen widersprüchlich ist, aber, ne. Es ist auf jeden Fall die beste Art zu sterben. Mit Sicherheit möchte ich jetzt nicht sagen. Ich bin noch nicht so häufig gestorben, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, aber beim Bumsen, auf jeden Fall. Ja. Erster bulgarischer Film meiner Meinung nach. Kann man sich gerne mal angucken, wenn man auf so interessante, makabere, ungewöhnliche Sachen steht. Der zweite, den ich mir angeschaut habe, das ist sogar eher etwas, was so unsere Zuhörer, glaube ich, ansprechen könnte, weil das ein französischer quasi Horrorfilm ist, auch so ein bisschen Body Horror. Der heißt In My Skin, ist aus dem Jahre 2002. Oh, ich habe gerade gedacht Babyblood. Oh, ja, nee. Aber könnte sein, dass er in die ähnliche Richtung geht. Babyblood habe ich noch nicht gesehen. Was? Kennst du nicht? Das ist doch hier von Störkanal auch, oder? Nee, von Bildstörung. Also Bildstörung haben wir rausgebracht, aber ich habe da jahrelang so eine Dragon-DVD gehabt. Bist du sicher, dass wir die nicht mal gesehen haben vor 20 Jahren oder so? Oder 15 Jahren. Also, naja. Ist der so alt? Ja, ja, ja. Als wir zusammen gewohnt haben, habe ich auf jeden Fall mir damals die Dragon-DVD gekauft. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir den bestimmt mal gesehen haben. Ist aber schon sehr lange her. Sollten wir vielleicht nochmal gucken und dann mal drüber sprechen. Okay. Ja, das wäre doch eine Maßnahme. Das ist ein schöner Film. Das ist sehr schön. Das glaube ich. Vor allem sehr blutig. Schön blutig. Auch, ja. Ja, ich muss mir auch demnächst nochmal ein bisschen was von Bildstörung holen. Die haben ja ein paar sehr schöne Sachen. Auf jeden Fall, nee, es ist nicht Babyblatt, aber von der Geschichte her ist es sehr simpel gehalten. Denn es geht hier um eine Frau, die ist gleichzeitig, also die Schauspielerin, die diese Frau spielt, ist gleichzeitig die Regisseurin. Die Marina Defanne, die hat nebenbei auch noch das Drehbuch geschrieben. Also quasi die ganze Film alleine gemacht. So, die hat einen Unfall während einer Party auf einer Baustelle, verletzt sich das Bein und hat keinerlei Schmerzen, merkt das auch nicht, geht zum Arzt. Er versorgt sie halt quasi und dann entwickelt sie eine ganz morbide Faszination dafür, sich selbst zu verstümmeln. Ja, das ist im Prinzip schon die Geschichte. Fängt dann halt an, sich immer weiter zu verstümmeln. Der Körper entwickelt dann auch so ein bisschen Eigenleben, also zumindest so die eine oder andere Extremität. Sicher, dass er nicht von Kronenberg ist, der Film? Ja, könnte man meinen, aber ist er nicht. Nee, aber passt halt genau in diese Richtung. Ich habe auch dadurch erfahren, das kann ich nicht, New French Extremity, so eine quasi Genre, was so erfunden wurde, wo auch so Leute zugehören wie Gaspar Noé oder Alexandre Ayaar. Ja, ja, klar. Ja, aber New French Extremity war mir tatsächlich bis dahin kein Begriff. Echt nicht? Nee, da gehört auch der François Auzon zu. Wie hier Inside, High Tension und so wie die anderen heißen. Ja, für mich war das Terror. Macht Tür. Ja. Sehr, sehr überzeugend, was die Hauptdarstellung hier abliefert, wenn man auch noch bedenkt, dass sie sich dabei regiert. Ich finde es sehr interessant in den Figurenzeichnungen. Das ist sehr gut gelungen, auch was so das Umfeld angeht. Freunde, Kollegen, ihren eigenen Freund, der natürlich auch, wie soll ich sagen, das Ganze so ein bisschen mitkriegt und auch Sachen reininterpretiert und sich Sorgen macht etc. Was so die Inszenierung angeht, fand ich das sehr unaufgeregt und eher beobachtend und vor allem nicht wertend. Das fand ich sehr cool. Was die Nebenhandlungen angeht, sie arbeitet in so einer Werbeagentur. Und da werden dann halt auch so Geschichten reingepackt wie Konkurrenzkampf, Neid. Und diese Themen haben dann auch quasi Bezüge zu dem Hauptthema, sag ich mal. Was die Nebenhandlungen angeht, ist das alles sehr schön eingeflechtet. Und im Endeffekt ist das auch so ein sehr faszinierender Film, weil das ist quasi wie so bei einem Autounfall. Also wie bei einem Crash, auch da schon die Parallele. Man muss ja hingucken. Das ist so ein bisschen hin und her. Also manchmal ist es physisch, aber meist ist es eher psychisch, weil vieles auch der eigenen Vorstellung überlassen wird. Das sorgt dann für so eine sehr verstörende Atmosphäre, hat dadurch eine sehr beklemmende Wirkung, weil das alles sehr subtil behandelt wird, sag ich mal, sehr realistisch. Also wir fühlen uns da teilweise auch ein bisschen unwohl, erleben quasi auch das, was die Protagonistin hier erlebt. Also quasi so ein Verlust der eigenen Kontrolle über sich, über den Körper. Und sie entwickelte ja dann auch diese selbstzerstörlichen Zwänge und vor allem quasi so eine Wahrnehmungsstörung. Fand ich sehr geil. Also geil ist vielleicht das falsche Wort, aber ich fand, das war ein sehr, sehr guter Film, der auch wieder den Zuschauer so ein bisschen als Voyeurist entlarvt und ein Film, der wirklich unter die Haut geht. Also nicht In My Skin, sondern Under My Skin. Wer sich eine Vorstellung davon machen möchte, der könnte sich vorher Polanskis Ekel anschauen und gleichzeitig irgendeinen Kronenberg-Film und die dann quasi vermischen und dann hat man quasi In My Skin, um das einfach mal übers Bein zu brechen. Klingt super. Du hast mir den ja auch empfohlen, wie du hast gesagt, wo ich den gucken kann. Ja. Ich habe noch keine Zeit gefunden, das zu tun, in Ruhe. Kannst ja nachholen. Macht hier manchmal echt keinen Spaß, Filme zu gucken, hier bei diesen Temperaturen. Ja. Das ist manchmal echt anstrengend. Da habe ich mir eher so Dokumentationen angeguckt. Okay, weil die was kürzer sind oder? Nee, das ist leichte Kost, finde ich meistens. Also kommt jetzt darauf an, was. Ich habe mir zwei Fußball-Dokumentationen angeguckt, habe ich mir auch hintereinander angeguckt. Und zuerst Diego Maradona gibt es jetzt bei Amazon Prime. Lief letztes Jahr im Kino, habe ich leider verpasst, wollte ich gerne gucken. Lief aber immer dann zu Zeiten, in denen ich es meistens nicht geschafft habe. Und dann war er irgendwann raus. Jetzt, wer das Abo hat, Amazon Prime, kann sich den dann inklusive angucken. Das ist eine sehr coole Doku mit viel Material, also Bildmaterial, was man noch nicht kennt. Was, glaube ich, noch relativ exklusiv ist. Und das Schöne ist, wir haben jetzt nicht so Talking Heads. Sondern wenn Leute jetzt aus heutiger Sicht was sagen, jetzt so Verwandte von ihm zum Beispiel, über ihn, dann wird das einfach aus dem Off eingeblendet und über eben Bildmaterial aus. Teilweise auch so seiner Jugend oder als junger Erwachsener oder was er auch so außerhalb des Fußballfelds gemacht hat. Beim Tanzen, beim Party machen, beim Feiern und so weiter. Das ist echt cool, auch schön spannend inszeniert. Es geht viel um seine Zeit in Neapel. Weil als er dann nach Europa kam, war er dann bei Barcelona und da lief es ja nicht so gut. Und dann kam er nach Neapel und hat ja wirklich dann einen Klub, der gegen den Abstieg gekämpft hat, innerhalb von ein paar Jahren dann nicht nur zu Meisterschaftsanwärter, sondern auch zur Meisterschaft geführt im Prinzip. Und dann auch im UEFA Cup weit, ja... Großer Erfolg erzielt. Richtig. Und natürlich dann auch die WM 86 spielt da eine große Rolle. Aber dann eben auch so ein bisschen der Abstieg Anfang der 90er, als er sich dann halt einen kolumbianischen Heuschnupfen geholt hat, regelmäßig. Und eben dem weißen Puder verfallen ist, dem Kokainer. Und das wird jetzt auch nicht beschönt oder so. Das wird aber relativ, ja, wie in der Dokumentation. Das wird halt dargestellt, das wird halt gesagt. Er sagt auch ein bisschen was dazu. Und dann sieht man halt so, dass das danach dann eben nicht mehr alles funktioniert. Und es gibt dann noch so ein paar etwas aktuellere Bilder ganz am Ende. Ich finde, das ist generell so eine sehr homogene Dokumentation. Die geht auch über zwei Stunden, was man gar nicht merkt. Das ist einfach interessant. Und er ist ja so eine krasse Persönlichkeit. Dass ihm manchmal der Trubel auch zu viel war. Aber dass er mittlerweile so, dadurch, dass ihm jeder sagt, er ist der Beste oder einer der Besten. Plus eben diese Drogen, die eben das noch unterstützen. Also halt so ein bisschen größenwahnsinnig. Ein bisschen, ich sage nur in der Hand Gottes. Jaja, das wird natürlich auch thematisiert. Eine Viertelfinale WM 1986 in Mexiko. Das ist natürlich auch ein Thema. Aber er spricht ja sowieso generell öfter mal darüber, dass irgendwie auch so Spiele, die er dann mit Neapel, weiß nicht, gegen Juve gewonnen hat oder so. Oder dann die Meisterschaft. Ah, das war Gott. Blablabla und so. Wir haben irgendwie so, wir haben schlecht gespielt, aber dann noch das Tor am Ende. Das war Gott, der das gemacht hat und so. Er ist auf jeden Fall eine illustre Persönlichkeit. Immer noch. Und war es damals schon. Und es geht auch so ein bisschen um seine Frauengeschichten, um irgendwie einen Sohn, den er da nicht ganz anerkannt hat am Anfang. Nee, doch, es ist ein Sohn. Aber dann die Tochter, die er mit seiner langjährigeren Freundin, Frau hatte. Ist ein schöner Einblick. Kann ich nur empfehlen. Amazon Prime. Diego Maradona. Diego Armando Maradona heißt er ja. Die Doku heißt Diego Maradona. Das ist das Schöne. Da geht es auch darum, dass dann manche sagen, von wegen, mit Diego habe ich gerne Zeit verbracht, aber er wurde mit der Zeit immer mehr zu Maradona. Und mit Maradona kam man nicht so klar. Maradona war so diese unantastbare Figur. Diese überhöhte Kunstfigur, die eben mit der Hand Gottes spielt. Und Diego war eigentlich der Junge aus dem Ghetto. Das alte Ego. Genau. Und dass er sich auch da mit der Camorra eingelassen hat in Neapel und so. Das wird halt dargestellt. Das wird natürlich jetzt nicht irgendwie aufgebröselt genau, aber man zeigt es eben. Ja, und im Anschluss habe ich mir dann auf Netflix wiederum mit einem anderen Streaming-Anbieter habe ich mir Anelka die Doku angeguckt. Eine Dokumentation über Nikola Anelka, der gefühlt in jedem Verein in Europa gespielt hat. Das Interessante hier ist, dass die Doku heißt Anelka Misunderstood. Oder auf Deutsch heißt er, glaube ich, der Missverstandene. Passt, ja? Ja, der Anelka war so ein Troublemaker. Und der ist sehr viel so herumgereicht worden. Stimmt, ich habe da häufig die Vereine gewechselt. Und meistens gab es irgendwie Knies mit dem Management oder mit dem Präsidium oder mit dem Trainer oder mit den Mitspielern. Er war ganz früher dann bei Paris Saint-Germain. Der ist ja Franzose. Und dann halt dieser Wechsel, den er forciert hat, dann nach London, zu Arsenal London eben. Und dann später kam er dann zu Real Madrid. Und dann war der noch, ich weiß nicht, er war in der Türkei noch, er war in Russland, er war in England mehrfach bei Chelsea. Hat er übrigens große Erfolge noch gefeiert. Der war dann zu Liverpool ausgeliehen mal eine Zeit lang. Wollte da spielen, die wollten ihn aber nicht. Manchester. Ja, da auch. Also es geht so ein bisschen um diesen Clan, der sich so um ihn herum gebildet hat, nämlich durch seine Brüder. Und was ich hier nicht so geil finde, ist eben dieses der Missverstandene. Diese ganze Doku fühlt sich an wie so eine Erklärung oder so eine Ausrede, Entschuldigung dafür, wie er sich halt benommen hat. Okay. Er hat nämlich einfach oftmals Entscheidungen von Trainern nicht akzeptiert und hat dann dagegen gewettert. Und hat die dann auch, ist sie dann wirklich verbal angegangen oder ist dann, um Sachen irgendwie durchzudrücken, einfach nicht zum Training erschienen. Weil er mit irgendwem Knies hatte. Und dann denke ich so, ja, bist aber selbst schuld. So jung als Star gehandelt. Da kann man dann auch irgendwie im Alter, so mit Ende 20, 30, kann man ja auch langsam auf den Trichter kommen. Aber es ist halt so ein Querkopf. Einer seiner Jugendfreunde ist Omar Sy, der hier von Ziemlich Beste Freunde. Und der erklärt dann auch immer so ein bisschen oder der Thierry Henry, mit dem er später dann auch zusammen in dieser Fußballakademie war, die formulieren dann die ganze Zeit irgendwelche Entschuldigungen für ihn. Ja, so ist er halt. Und so. Und dann denke ich mir so, ja, aber das ist ja kein Grund dafür. Also dann... Dann hat man ihn nicht missverstanden. Genau so. Dann ist es einfach so, ja, dann ist er halt so. Aber das muss ja ein Trainer nicht akzeptieren. Ja, oder ein Präsidium oder ein Verein. Die müssen sich ja nicht auf der Nase rumtanzen lassen von ihrem Mitarbeiter. Und der war halt so ein Sensibelchen oder ist halt einer, ne? So ein missverstandenes Genie. Ja, und dann geht es dann viel so um den Stress, den er hatte in der Nationalmannschaft. Er war ja dann einmal dabei. Dann bin ich so bei der WM 98 nicht. Und dann später war er doch wieder bei der Euro dabei. Und dann hat er sich ja beim Trainer angelegt und dann war er wieder raus. Und dann kam er wieder zu irgendeiner WM. Zur Quali war er dann wieder dabei. Also ein Hin und Her mit dem. Was aber auch meistens wirklich so mit persönlichen Befindlichkeiten einfach zu tun hat. Und so richtig einsichtig klingt das dann nicht. Er erzählt dann viel von seiner Familie und so. Das ist dann auch irgendwie ganz süß und nett. Da lebt er in Dubai. Aber ich weiß nicht. Also so für so einen hochbezahlten Star, der halt so voll die Allüren hat und eben so Befindlichkeiten nach außen kehrt und immer so ein bisschen, ja, die sollen mich alle lieb haben, die sollen mich alle in den Arm nehmen. Also da habe ich jetzt auch nicht so viel Mitleid für. Und da weiß ich auch nicht, ob man da wirklich innerhalb so einer Dokumentation wirklich so Ausreden und Entschuldigungen für ihn finden sollte. Suggeriere dann so ein bisschen, dass man da Verständnis für haben sollte. Ja, und das finde ich eben nicht so cool. Also das finde ich den fiesen Beigeschmack dieser Doku. Dann ist Missverständnis oder Unverständnis vielleicht unbedingt jetzt gerade die Brücke zu dem Film, den ich als nächstes gesehen habe. Das passende Wort. Ich habe ja, wie gesagt, als einziger von uns beiden möchte ich nochmal betont haben. Was denn? Unseren Hashtag befolgt. In den vergangenen paar Tagen, ja. Ja, ansonsten hältst du die Flagge deutlich höher. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Ich wollte jetzt nur ein bisschen... Ja, der Fairness halber, ist okay. Ja, also wie gesagt, da ist das Überschneidende ist hier Unverständnis. Denn ich hatte für eine, ja, nicht unbedingt nur für eine, sondern ich möchte dann auch fair sein und nicht nur für eine, sondern auch für jetzt mehrere Figuren hier etwas Unverständnis aufbringen können. Aber dazu komme ich dann gleich hoffentlich. Ich habe mir The Song of Names angeschaut und das ist ein Spoiler. Man weiß in der Mitte des Films, worauf das Ganze hinausläuft. Man weiß es eigentlich schon vorher. Es ist auf jeden Fall ein Musikdrama eines François Girard, der ist Kanadier. Und das Ganze basiert auch auf einem Roman und die haben die Hauptrolle zwei bekannte Namen übernommen, also bekannte Schauspieler, nämlich Tim Roth und Clive Owen. Ja, kenn ich. Ja, wer kennt die beiden nicht, aber Clive Owen war für mich so in den letzten Jahren so ein bisschen verschollen. Also ich habe nichts von ihm groß gesehen. Passiert auch mit seiner Figur hier im Film. Aber dazu gleich auch nochmal mehr. Im Prinzip erzählt der Film hier in drei Zeitebenen, rückblickend das Leben von zwei Kindheitsfreunden, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg dann aber aus den Augen verlieren, beziehungsweise verloren haben. Der Film fängt in den 1930ern an und dort reist der junge Jude Sigmund aus Polen nach England, um dort sein Geigenspiel zu verbessern. Sein Vater lässt ihn und gibt ihn quasi dort in die Obhut eines Musikverlegers, der ihn dann auch quasi wie ein Sohn aufzieht. Ihn auch ein bisschen bevorteiligt gegenüber seinem eigenen Sohn, die sich anfangs auch relativ uneinig sind, beziehungsweise eigentlich nicht mögen. Daraus entsteht dann aber dennoch eine Freundschaft und das halt auch über die Jahre hinweg. Und auf jeden Fall, der Vater fördert das Talent des Sigmund und sorgt dann auch dafür, dass er nach seiner Jugend quasi auch nach Beendigung des Krieges ein Solokonzert geben kann mit seiner Geige, zu dem er allerdings nicht erscheint. Also er verschwindet quasi spurlos. Der Vater stirbt darauf quasi, auch so ein bisschen aus Sorge. Und dann haben wir einen riesigen Zeitsprung und Martin, der eigentliche Sohn des Musikverlegers, macht sich auf die Suche nach dem Verbleib von Sigmund, der hier in der Erwachsenen-Variante von Clive Owen halt gespielt wird, weil er selber in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist und halt Musiktalente entdeckt. Und dabei fällt ihm bei einem der Probanden, sag ich mal, eine Bewegung auf, die ihn an Sigmund erinnert. Und das ist sein erstes Indiz, um ihn halt zu finden. Und dadurch entsteht dann, ja, so eine Art Detektivgeschichte. Und er macht sich halt auf eine Reise, halt quasi auch in die Vergangenheit. Der Film ist auch nicht chronologisch erzählt. Ich wusste allerdings von vorne herein, wo diese Reise endet. Ist zwar schade, hat dem Ganzen jetzt nicht unbedingt schlecht getan, aber ansonsten ist das ein Film, bei dem ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Also das, was bei dem Film ganz gut funktioniert, ist, dass es halt viel um diese Freundschaft geht, das halt auch über drei Dekaden hinweg erzählt. Das hat nur manchmal ein bisschen wenig Substanz, weil häufig auch nur so kleine Momente sind, die dort eingefangen werden. Also wir gewinnen ein Gefühl für diese Freundschaft. Die Freundschaft ist aber eigentlich irgendwann an einem Punkt, wo sie eigentlich nicht mehr existieren dürfte. Wird glaubwürdig von allen Figuren, also in allen dreien Zeitebenen, von den handelnden Schauspielern, vor allem von den hervorragenden Kinderdarstellern, rübergebracht. Ich hatte nur das Gefühl, dass besonders in der Jugend so ein paar Passagen ausgelassen wurden, sodass dieses Freundschaftsbild auch irgendwie ein bisschen unvollständig war. Später geht es dann halt auch so um das Thema Verrat, weil der Martin, also der Sohn des Musikverlegers, sich selbst auch verraten fühlt, weil der Sigmund halt nicht zum Konzert gekommen ist. Und sein Vater ja eigentlich, der hat sein ganzes Geld dort rein investiert, ihm diese Möglichkeit bieten zu können. Und im Endeffekt macht er ihn auch so ein bisschen für seinen Tod verantwortlich, weil er halt, also der Vater stirbt halt zwei Monate nach dem Verschwinden von Sigmund halt auch. Und das Ganze führt dann natürlich im letzten Drittel zur Versöhnung. Und damit habe ich halt so ein bisschen meine großen Probleme. Da schwank ich halt so ein bisschen zwischen Verständnis für die eine oder andere Figur und halt Unverständnis. Aber ist das nicht sowieso das Ding, dass es darum geht in dem Film, dass die beiden sich versöhnen? Das ist doch eigentlich überhaupt der Punkt des Ganzen, oder nicht? Ja, das ist der Punkt. Aber die versöhnen sich halt nicht so, wie wir das kennen. Also das Problem, ich kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Also die Art der Versöhnung, die stört dich. Was daraus dann für eine Konsequenz entsteht, also was die eine Figur entscheidet, finde ich dann, das wirst du nachvollziehen können. Weil es hier um die Aufgabe von Individualität geht und das Finden in einem Kollektiv quasi als Alternative angenommen wird. Okay? Das ist aber nicht alles. Eigentlich für mich unterschwellig war so das Hauptthema gar nicht mal diese Freundschaft, Verrat und die Verrührung, sondern so ein bisschen Besessenheit. Etwas nicht loslassen können, und vor allem auch nicht vergessen können und vor allem nicht vergessen wollen. Auch wenn dann beide Figuren sehr unterschiedlich damit umgehen. Das fand ich aber im Endeffekt dann ein bisschen zu vage in den Andeutungen. Und dann ist natürlich noch das große Thema, da ich ja eingangs erwähnt habe, dass er Jude ist, Religion und Glaube. Da hört es halt für mich auf. Du bist ja selber auch ein Heide. Also ich habe gedacht, jetzt komm, du bist auch ein Jude. Genau. Nee, aber wir sind ja beide quasi Agnostiker. Nee, ich bin Atheist. Das ist ein Unterschied. Gut, wir sind beide nicht gläubig, zumindest was Religion angeht. Der Film spricht unter anderem halt auch so das Thema Glauben halt auch an, auf eine etwas merkwürdige Art und Weise, weil das nicht ganz schlüssig ist. Weil er verliert relativ schnell früh den Glauben. Irgendwann kommt halt das Thema auch seiner Eltern auf, was zentral ist. Dazu kann ich jetzt nicht, wie gesagt, nicht viel zu sagen. Aber irgendwann gewinnt er diesen Glauben halt auch wieder. Und der Weg dahin ist halt irgendwie, er konnte sich mir nicht erschließen. Also wie bei Science. Genau. Sehr guter Vergleich. Ja, aber was er dann auch wieder gut macht, ist das, was die eigentliche Absicht des Films ist, die aber durch zu viele andere Dinge halt immer wieder so ein bisschen überworfen wird, beziehungsweise so beiseite geschoben wird. Weil eigentlich geht es hier um Holocaust-Opfer. Darum, dass in dem Fall halt eine Figur hier durch Musik es schaffen kann, sich an die Opfer beispielsweise aus dem Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Nicht nur zu erinnern, sondern auch sozusagen deren Vermächtnis in Anführungsstrichen weiterzugeben, sodass sie quasi auch Teil einer Überlieferung sind. Dass man diese Opfer niemals verlieren wird. Also hier haben wir dann auch so quasi die Parallelere zu Thora, weil das ja auch quasi eine mündliche Überlieferung ist. Also quasi hier Musik auch als Möglichkeit für eine Erlösung zu finden. Dieses Thema, dieses Gedenken an die Opfer des Holocaust, das ist eine löbliche Absicht. Die wird halt nur ein bisschen schwammig am Schluss, weil das halt auch so ein bisschen mit dem Thema Freundschaft und dem Thema Versöhnung und der unausgewogenen Ausarbeitung seiner Gläubigkeit beispielsweise auch so ein bisschen über Rumpel wird und ein bisschen beiseite. Das ist irgendwie für mich irgendwie unausgewogen. Das ist an zu vielen Stellen zu unausgearbeitet, zu uneindeutig ausformuliert und es ist vor allem an vielen Stellen schwankt man dann halt so ein bisschen zwischen Verständnis und Unverständnis. Was nicht heißt, dass der Film schlecht ist. Eher schwierig. Aber vielleicht hast du ja etwas in petto, mit dem du uns Besseres liefern kannst. The Song of Names, schwieriger Film. Ja, ich habe auch einen Film, der recht schwierig ist, aber den habe ich mir nochmal angeguckt, weil ich den kannte und weil ich weiß, dass der gut ist. Und zwar geht es um Bad Lieutenant aus dem Jahre 1992 von Regisseur Abel Ferrara. Ah, ich dachte, du redest jetzt von dem aus 2009, von Werner Herzog. Ja, da habe ich auch letztens gelesen, dass das ja weder ein Remake noch ein Sequel ist, sondern dass Werner Herzog ja irgendwie gesagt hat, ja, Bad Lieutenant, den Film kannte ich gar nicht. Wusste ich nicht. Und dass das irgendein eigener Film ist, der nichts damit zu tun hat. Ja. Irgendwie glaube ich ihm das nicht, dass er den nicht kannte. Oder dass er nicht wusste, dass es einen Film gibt, der so heißt, ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe den nicht gesehen. Also den mit Nicolas Cage in der Hauptrolle von Werner Herzog habe ich nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber den eben von Abel Ferrara, den habe ich mir jetzt nochmal für günstiges Geld mal auf Blu-ray besorgt und mir den mal wieder angeguckt, weil ich finde, dass es ein sehr cooler Film ist. Ich mag den Regisseur ja auch gerne, habe zuletzt ja über seinen neuen Film Siberia gesprochen. Und das ist ja so, der mit seinen ersten Filmen, hier Driller Killer und Miss 45, die Frau mit der 45er Magnum, hatte er so ein bisschen den Ruf weg als Exploitation-Regisseur. Fing so günstig, krösig, sowas. Und 1990 hat er dann den King of New York mit Christopher Walken als Frank White in der Hauptrolle und mit Lawrence Fishburne, der damals noch in den Credits unter Larry Fishburne auftauchte. Den hat er inszeniert und dann wurde er also, ja, sowohl von Kritikern als eben auch vom Publikum eher schon was höher geschätzt und hat dann 1992 eben seinen Bad Lieutenant drehen dürfen. Da war in der Hauptrolle ursprünglich Christopher Walken vorgesehen. Der hat dann drei Wochen vor Dreh abgesagt. Oh, das ist nicht nett. Nee, aber auf jeden Fall haben die das dann Harvey Kettel, das war dann so quasi die zweite Wahl, ihm das Drehbuch dann geschickt. Er hat das angeblich nach ein paar Seiten, Harvey Kettel sagt, weggelegt. Abel Ferrara meinte, er hat es weggeschmissen. Und er hat es jetzt aber doch nochmal dann durch den Kopf gehen lassen und hat überlegt, ja gut, guck mal, so oft kriege ich jetzt auch nicht unbedingt hier die Hauptrolle angeboten. Er hat das nochmal komplett durchgelesen, hat gesagt, ja komm, ich mach das. Es ist nämlich auch eine sehr fordernde Rolle. Es geht halt um diesen Lieutenant, gespielt von Harvey Kettel, der ist korrupt, drogensüchtig, spielsüchtig, moralisch an allen Ecken und Enden einfach komplett daneben. Quasi wie jeder andere amerikanische Bulle? Genau, wie alle, alle Polizisten. Stimmt, auf der ganzen Welt. Vögel mit Prostituierten und hin und her, also das ist ja generell, ist ja nichts dagegen zu sagen, aber damit betrügt er auch seine Frau und eben seine Familie und das ist natürlich moralisch völlig daneben, verwerflich. Das ist so sein Leben und das verfolgen wir halt. Er fährt morgens seine Jungs zur Schule und während die gerade aus dem Auto sind, er noch auf dem Parkplatz der Schule steht, zieht er sich schon die erste Line, Koks rein und naja, wir verfolgen einfach so, was er halt den ganzen Tag so macht. Die eigentliche Geschichte ist dann, dass er Spielschulden hat und sich immer weiter eben durch Wetten, die er einfach verliert, in Bedrängnis bringt und gleichzeitig ist das so, dass von ein paar Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ist eine Nonne vergewaltigt worden. Aber wieder das Nonn-Thema, das scheint irgendwie Abel Ferrara irgendwie ein bisschen angetan zu haben, zumindest zu der Zeit und das basiert auf einer wahren Begebenheit. In den 80ern war das so, dass, ich weiß gar nicht mehr in welchem Stadtteil von New York wurde eben, also es spielt alles in New York, natürlich. Ja, klar, wo sonst. Und in den 80er Jahren in einem Stadtteil wurde eben eine Nonne vergewaltigt und dann haben in kürzester Zeit ganz viele Menschen und auch die Mafia und so haben Geld zusammengelegt und also Kopfgeld ausgesetzt, damit die Täter sehr schnell gefasst werden. Und die, glaube ich, innerhalb von ein paar Stunden wurden die oder der Täter, weiß ich gar nicht mehr, gefasst. Und da hat wohl Abel Ferrara auch damals schon gesagt, so von wegen, ja, was ist denn jetzt, nur weil das eine Nonne ist oder was? Also, ne, weil die gottesfürchtig ist oder ein Gotteshaus arbeitet. Also, was ist denn mit den ganzen 13-jährigen Mädchen? Die sind dann euch scheißegal oder was? Genau so ein Dialog kommt in dem Film auch vor. Das hat er damit so ein bisschen verarbeitet. Ursprünglich sollte das auch lustig werden sogar. Also, jetzt das Ergebnis ist natürlich alles andere als lustig. Die bekannteste Szene dürfte die sein, wenn H.W. Kertel als der Bad Lieutenant zwei junge Damen anhält und weil die keinen Führerschein haben, sagt er so, okay, gut, wir können das jetzt hier nur regeln, indem du mir zeigst, wie du einen Schwanz bläst. Und dann simuliert sie das eben mit ihrem Mund und er holt sich halt dabei einen runter und fährt dann wieder weg. Auf jeden Fall, sehr nihilistisch und hat aber eben auch so dieses Thema mit, ja, Gott, what would Jesus do? Er sieht ja dann irgendwann auch Jesus in Gestalt vor sich und er fragt ja dann diese Nonne auch, von wegen so, warum hältst du die andere Wange hin? Sie will auch nicht Rache für die Tat, also für das, was ihr angetan wurde und er kann das halt überhaupt nicht verstehen und fühlt dann halt diesen Schmerz und dann geht es viel um Glauben und Kirche und solche Sachen. Diese Symbolik, also unglaublich dargestellt von H.W. Kertel. Dafür wird der Film ja auch sowieso immer gelobt. Ich denke, die meisten dürfen den ja auch kennen, aber was man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen sollte oder eben, ja, wen man eben vom Lob nicht verschonen sollte, ist eben Abel Ferrara, der das halt unglaublich gut in Szene setzt und also geschrieben hat er es nicht, aber er bekommt immer wieder den Writer's Credit. Das ist ein bisschen unfair, weil Zoe Tamales Lund hat das eigentlich verfasst, also sie sagt auch so, dass sie es komplett verfasst hat und Abel Ferrara sagt, dass sie es zusammengeschrieben hätten und sie sagt auch so von wegen, er ist ein super Regisseur, aber Drehbuchautor ist er jetzt nicht wirklich. Aber abgesehen davon, es ist einfach ein Film, der einen immer wieder packt und mitnimmt und der einfach gut ist. Sehr unangenehm, sehr dreckig. Wir haben auch wieder diesen Guerilla-Filmstil von Abel Ferrara, das hat er auch schon bei Miss 45 und Driller Killer und so gemacht, dass er sich einfach keine Drehgenehmigung geholt hat und einfach irgendwo auf den Straßen gedreht hat. Ja, wieso nicht? Und das, was dann am Ende passiert, also so das, was mit dem Lieutenant dann passiert, das ist eigentlich auch klar, es ist halt krass und cool, wie es passiert. Ja, toller Film. Ich müsste mir auch mal wieder den Body Snatchers anschauen, also das quasi zweite, ja nicht Remake, aber so zweite Fortsetzung, weil ich, den hatte ich auch irgendwie noch, eigentlich ist schon, schon so in seinem Schaffen einer der schlechteren Filme, aber kann mich da auch an einen coolen Forrest Whitaker noch erinnern. Da habe ich gar nicht mehr so vor Augen. Da gibt es auch so viele Remakes und Reboots, also was heißt Reboots, aber so Neuinterpretationen davon, ich habe da glaube ich so viele Varianten schon von gesehen. War auf jeden Fall, was so stilistisch, auch qualitativ, was das Ganze angeht, war da schon ein krasser Wechsel, weil der Body Snatcher schon so ein bisschen eher Richtung cheesy B-Movie geht, aber trotzdem noch sehr cool und sehr ersehenswert ist. I'm a Hater of Netflix. Nee, bin ich eigentlich gar nicht. Ich gucke mir ganz gerne Sachen bei Netflix an und habe mir auch einen aktuellen polnischen Film, der zu Netflix gefunden hat, angeschaut. Das ist ein Drama streckstrich Thriller eines preisgekrönten Duos zwischen Jan Comassa und Matthäus Batcevic. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Die haben auf jeden Fall Corpus Christi zusammen gemacht. Hast du mit Sicherheit auch gesehen, oder? Ich kenne die Band Corpus Christi. Das ist eine portugiesische Black Metal Band. Ah, okay, die meine ich aber nicht. Ah, schon. Ich meine den preisgekrönten Film von den beiden. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich kenne den Herrn leider gar nicht. Doch, jetzt kenne ich ihn. Aber ich haine ihn nicht, auch wenn der Film so heißt. Interessant, was wir hier vorgeworfen kriegen. Die erste Assoziation, die ich hatte, habe ich später dann auch wo finden können bei Recherchen Joker. Man könnte sagen, es ist der polnische Joker. Zumindest, was so die Genese der Figur angeht, was so die Atmosphäre angeht, was so das eine und andere Thema angeht. Und qualitativ würde ich nicht unbedingt sagen, dass das auf einer Stufe spielt. Aber wir haben hier einen sehr coolen Thriller vorliegen, der aber auch ein, zwei Schwächen hat, auf die ich noch eingehen möchte und auch werde. Kurz zur Geschichte. Wir haben hier Tomek, das ist ein Anwaltsstudent mit einem großen Ziel. Will natürlich als Anwalt Karriere machen. Allerdings begeht er ein Plagiat, also er schreibt bei seiner Arbeit irgendwo ab, das fliegt auf und er fliegt von der Uni. Und dadurch ist er natürlich ein bisschen so erniedrigt und müsste sich theoretisch von einer Familie, die ihn finanziell unterstützt, halt quasi rechtfertigen. Aber er verschweigt das Ganze. Vor allem auch, weil die Tochter der beiden ihr seinen Schwarm quasi ist. Und er möchte ihr und natürlich auch zur Familie, die halt sehr wohlhabend ist, deshalb können die sich halt auch leisten, ihn zu unterstützen, halt beeindrucken. Auf jeden Fall, er fängt dann bei einer PR-Agentur an, die sich auf Rufmord spezialisiert hat. So. Und darin geht er komplett auf. Das ist so sein Ding. Virtuelles Mobbing. Damit wird er zu einem ganz großen. Der Film fängt mit einem Satz an, der Programmist. Denn er sagt, Gesagtes ist flüchtig, Geschriebenes bleibt. Das ist ein sehr wichtiges Statement, jetzt vor allem für seine Figur. Vor allem für Instagram auch wichtig. Genau, weil das nämlich alles bleibt. Es sei denn, man macht es in der Story. Ja, das ist ein schönes Statement für Insta-Story oder so. Vielleicht noch so ein Unendlichkeitszeichen im Hintergrund und noch so ein paar Vögel und Sterne oder so. Ja, geil, ne? Cooles Tattoo auch, ja. Ja, ist vor allem auch so ein cooler Kalenderspruch, aber kann man bei Instagram ein Foto dauerhaft löschen? Was meinst du mit dauerhaft? Das ist halt die Frage, irgendwo wird es bestimmt noch in irgendeinem Cache drin sein von Instagram selbst, aber du kannst natürlich, wenn du ein Foto gepostet hast, kannst du es natürlich wieder löschen, klar. Gut, aber ich meine, in der Zeit hat es halt irgendjemand schon kopiert. Theoretisch zu machbar. Ja, wäre möglich, ja. Genau, aber das ist halt die Sache, so quasi so, was so im Internet passiert, also nur so das ganze Virtuelle, das lässt sich fast schon nicht mehr löschen. Deshalb sollte man auch keine Bilder von seinen Kindern, Babys oder so posten. Mach ich auch nicht. Ja, natürlich nicht, weil du keine hast, aber die Leute, die welche haben und es könnten, die sollten das, glaube ich, meiner Meinung nach nicht tun, weil sie nie sicher sein können, dass dieses Bild nicht vielleicht irgendwo auf einem Rechner landet, wo das gar nicht hingehört. Du weißt, wo ich hin möchte. Ich wusste nicht, dass du da hin möchtest, aber ich möchte da nicht hin. Das war ein bisschen anders gemeint. Ja, ich weiß schon, ich verstehe das schon. Das sind Sachen da, wie wir schon seit ein paar Jahren manchmal Gedanken drüber. Das ist ja im Medienrecht und so. Das ist ja auch ein Thema, mit dem sich Journalisten schon seit Jahren auch befassen, regelmäßig. Ja, und das ist halt hier auch so quasi eins der Themen. Da passt ja dann auch, dass der Anwalt ist. Es geht halt hauptsächlich viel um dieses virtuelle Mobbing, es geht um Fake News, es geht um, Manipulation, das alles eigentlich geschäftsbedingt, im Endeffekt, aber auch persönlicher Natur. Die Figur, die wir hier sehen, also diesen Tomek, der ist quasi von Anfang an besessen davon, sozial aufzusteigen. Er macht halt auch vor nichts Halt, um seine gesellschaftliche Stellung in irgendeiner Weise zu verbessern. Eingangs sucht er auch eher nach Anerkennung, weil er, weil sein sozialer Status auch zu ihm eigentlich nicht passt und er quasi sozusagen die Gunst halt, wie gesagt, seiner Gönner quasi halt auch gewinnen möchte und halt seine Schwarms. Später ist das Ganze dann eher so, dass er enttäuscht, dass er halt Ablehnung findet, dass er in Ungnade fällt, halt vor allem auch durch die Uni, was ihn dann auch so ein bisschen demoralisiert. und das Ganze sorgt dann dafür, dass er sich menschlich auch so ein bisschen zu einem noch schlechteren Menschen entwickelt, als er eingangs hier geschildert wird. Der Unterschied ist hier zu Joker, dass er keine richtige Metamorphose durchmacht, weil er von Anfang an quasi das ist, was er später noch viel krasser virtuell auslebt. Also er ist hinterhältig, er ist manipulativ, er ist kontrollsüchtig und vor allem er ist unehrlich gegenüber seinen Mitmenschen und vor allem halt auch den Menschen, die ihm eigentlich was bedeuten sollten. Die ganze Geschichte, also ich weiß nicht, ob man jetzt schon so einen kleinen Eindruck hat, aber das Ganze nimmt halt krasse Dimensionen an, die ich so nicht ansatzweise abkommen sehen. Also was dann so virtuelle Kriminalität auch angeht, was er da ganz anzettelt. Es geht dann auch um einen Wahlkampf, der hier geführt wird, den er manipulieren soll in dieser PR-Firma. Das ist von der Glaubwürdigkeit her, ist das Ganze schon ein bisschen wackelig, weil das schon sehr übertrieben ist, aber im Endeffekt zeigt es dann halt auch nur, wie sehr das halt auch ausarten kann. Und das Krasse ist halt auch, dass ein Vorfall, der sich hier in diesem Film abspielt, bei dem ein Politiker ermordet wird, ein paar Tage später halt auch wirklich in Polen passiert ist. Kurz nach dem Drehschluss wurde der, wurde ein Stadtpräsident ermordet und das hat halt ziemliche Parallelen hier zu diesem Film. Inwieweit das da miteinander zusammenhängt, habe ich jetzt nicht herausfinden können. Wie gesagt, der Film ist insgesamt, finde ich ihn sehr cool, weil er auch sehr glaubwürdig von dem Hauptdarsteller hier gemimt wird, die Figur, der erinnert so ein bisschen an Jesse Eisenberg, du wirst verstehen, wenn du ihn siehst. aber mir hat so ein bisschen das, was bei Joker gut funktioniert hat, dass man da ein Verständnis für eine Figur entwickelt hat, dass wir da so ein bisschen mitleiden und mitfielen konnten, fand ich da sehr gelungen. Das haben wir hier halt gar nicht und wir haben halt auch keine wirkliche Genese, sondern eigentlich nur eine Maximierung seiner eh schon sehr dunklen Menschlichkeit, die er hier immer an den Tag legt. Im Endeffekt würde ich sagen, es ist schon ein gelungener, aber nicht immer ausgewogener Thriller, den man sich aber dann doch dennoch, weil er ja auch bei Netflix nichts kostet und auch mal ein exotischer Vertreter aus Polen, für mich zumindest ist, sollte man sich den schon anschauen. Lohnt sich, denke ich schon. Sehr schön. Dann habe ich am Ende noch einen Tipp, einen Tipp, den ich schon lange sehen wollte, weil der Marco Erdmann, der auch nicht müde wird zu sagen, dass er diesen Film ja schon von ganz langer Zeit gesehen hat. Der hat mir den, oder hat uns den schon mal vor zwei Jahren oder so empfohlen, 2018 hat er den gesehen und hat den für sehr gut empfunden, in seine besten Liste aufgenommen und seitdem wollte ich diesen Film gucken. Er heißt Five Fingers for Marseille, ist aus dem Jahr 2017, aber in Deutschland jetzt erst 2019 erschienen. Den gab es eine Zeit lang auf Amazon Prime, aber nur gegen Geld und der war immer etwas teuer, sage ich mal und jetzt habe ich die Blu-Ray für ein paar Euro erstehen können. Regie hat geführt Michael Matthews, Drehbuch stammt von Sean Drummond und es ist ein südafrikanischer Film. Oh cool. Und es ist ein südafrikanischer Neo-Western. Klingt immer interessanter. Ja, das ist auch ein sehr guter Film. Deswegen, klar, Tipp natürlich. Die Originalsprache ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Xosa, Shosa, Sesoto und Afrikaans und manchmal ein bisschen Englisch. Ich habe auf jeden Fall original mit Untertiteln geguckt und es geht um die Five Fingers. Das sind eben Freunde, Jugendfreunde, die in ihrem kleinen Städtchen, in dem sie aufwachsen, das Marseille heißt, sich gegen die korrupte Staatsmacht stellen oder gestellt haben und bei einer Aktion, da packen sie dann halt ein Mädchen, nehmen sie das mit und der Tao, der Löwe der Gruppe, der heißt halt Löwe, der fährt den hinterher und sorgt dafür, dass ein Unfall passiert und auf jeden Fall passiert etwas so Schlimmes, dass er fliehen muss. Also er bringt diese Staatskräfte um, um die Freundin von denen halt zu retten und daraufhin begibt er sich auf die Flucht, kommt ins Gefängnis und hat halt dann 20 Jahre Gang leben, Gefängnis und so weiter und so fort. Das sehen wir nicht. Wir sehen aber seine Rückkehr in das neue Marseille, also nach New Marseille. Erstmal unerkannt, erstmal weiß keiner genau, wer er ist, aber seine alten Freunde erkennen ihn. Ja, unter anderem, einer ist der Bürgermeister geworden, der andere, der schon damals Pastor genannt wurde mit Spitznamen, ist dann natürlich eben ein Pastor oder Priester oder was auch immer. Das Mädchen, was er damals gerettet hat, ist auch noch da und eben der Cockroach, noch ein anderer Geselle, der jetzt eben, ja, selbst so eine Art korrupter Polizist ist, ja, so eine Art. Und auf jeden Fall gibt es da einen Oberbösewicht, der so dieses, dieses Städtchen einnehmen möchte und der Film arbeitet sehr viel mit Symbolik. Der hat sehr, sehr starke Bilder und geht ja sehr in die Sergio Leone Richtung. Oh, schön. Aber auch nicht immer nicht übertrieben. Er biedert sich nicht an, aber er benutzt eben Elemente davon und dieser, ja, der Böse quasi, der wird auch der Geist genannt und kommt mit zwei Pistolen, hat eine helle, eine dunkle und das ist das, was ich mit Thema Symbolik meine. Es geht hier sehr viel um Apartheid, die natürlich in Südafrika war, aber immer noch Thema ist und eben, die dunkle Pistole, die helle Pistole, es ist klar. Tau, der Löwe, er kehrt ja zurück nach New Marseilles und er wird sich am Anfang gar nicht irgendwo einmischen, wirklich, kann es sich dann aber irgendwann nicht mehr zurückhalten und es bricht aus ihm heraus und weil er halt Ungerechtigkeit nicht ertragen kann, er mischt sich dann in eine Schlägerei ein, bezieht Position und spätestens da ist dann halt irgendwie klar, wer er ist und wo er herkommt und da kämpft er dann auch gegen einen großen, weißen Mann, der zum Beispiel ein Kreuz auf dem Rücken hat. Also, die Symbolik ist hier sehr eindeutig, sehr, sehr eindeutig, macht das aber jetzt nicht irgendwie schlechter, das Ganze. Die beeindruckenden Bilder habe ich schon angesprochen, die Schauspieler, also ich kann jetzt keinen Afrikanen zu der Sesoto, aber so wie die agiert haben, von der Mimik her, war das durch die Bank weg super, von der Aussprache und Betonung kann ich natürlich jetzt nicht bewerten, aber das Sounddesign, das sollte man nochmal ganz speziell unter die Lupe nehmen oder in dem Fall möchte ich es ganz speziell hervorheben, weil das zu diesen ganzen starken Bildern und zu den Figuren eben nochmal so eine eigene Charakteristik mit reinbringt und was auch eine eigene Charakteristik hat, was quasi fast als eigene Figur schon funktioniert, ist eben das New Marseille oder das Marseille, dieses Städtchen, das die auch da gefunden haben, ich glaube, es hieß Grey Lady oder so, haben sie auf jeden Fall in Südafrika gefunden. Ganz tolle Landschaftsaufnahmen, die Geschichte natürlich um Rache, um persönliche Sachen, die man mit sich klärt, um so ein bisschen, wo steht man im Leben und eben Apartheid, Rassismus, Ungerechtigkeit, ist einfach im Stile eines Westerns dann eben in Szene gesetzt und gerade, es gibt viele so Standoffs, Shootouts, am Ende ist der Film sehr, sehr rund. Zwischendrin gibt es so ein paar Stellen, da ist es dann so ein bisschen, ja, ein bisschen sehr ausführlich gezeigt, da ist er ein bisschen behäbig, das kann man ihm schon vorwerfen, aber insgesamt ist das ein wirklich toller Neo-Western, also ein starker Film, den ich hier auf jeden Fall jetzt total empfehlen möchte. Ja cool, dann danke ich dir, das klingt sehr cool, ich bin ja ein großer Sergio Leone-Fan, hat der denn auch, musikalisch geht der da auch so ein bisschen in die Gefilde, also alter Western oder ist das schon eher ein bisschen moderner? Ne, da lehnt er sich jetzt nicht an die klassischen Italo-Western an oder so, das wird mehr über die Bilder gemacht, über die Figuren, diese Themen und so. Ja, wir haben ja mal gerade die Freiheit genommen und mal den Herrn gegoogelt, also den Regisseur Michael Matthews, der hat einen Film gemacht, der nennt sich Apocalypse Now. 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 Ja, ich weiß. Das finde ich sehr cool. Den habe ich aber nicht gesehen und der hat auch einen Film gemacht, der dieses Jahr rauskommen sollte, aber der auf nächstes Jahr verschoben ist. Monster Problems. Genau. Ja gut, dann haben wir den schon mal auf dem Radar, ne? Absolut. Und vor allem, es ist ein südafrikanischer Film, der auch mal diese Themen eben aus einer südafrikanischen Sicht erzählt. Aus dem Land kenne ich jetzt, glaube ich, sonst auch gar keinen anderen Film. Das war mal schön, andere Schauspieler zu sehen, diese Landschaft und ja, das ist wirklich mal was Besonderes, wie du gerne sagst, ein Exot. Mal nichts aus den USA, mal nichts aus deutschen Landen, mal was anderes. Sehr schön, cool. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf den Monster Problems, weil da nämlich Michael Ruka mitspielen wird. Das ist der einzige Grund. Nee, das nicht, aber du hast ja gerade schon sehr schön über seinen Film davor gesprochen, deshalb, der ist schon mal vorgemerkt. Jawohl, damit ist der XXL Mammut Podcast dann am Ende, für diese Woche zumindest. So wie wir, wie unsere Nerven und vor allem der Schweiß. Das ergibt keinen Sinn, was ich hier gerade sage. Macht ja nichts. Nächste Woche ergibt es wieder Sinn. Da haben wir Gäste da. Peter, wer ist denn bei uns im Podcast zu Gast? Zwei Berliner Exoten, der Gäste und der Lee, von den Bewegtbild-Banausen. Ja, da bin ich sehr gespannt. Wir waren ja schon bei denen zu Gast und ja, jeder bringt einen Film mit. Also, jetzt nicht in physischer Form, aber jeder stellt einen Film vor und da bin ich mal gespannt, was wir da so alles zusammenkriegen und was wir da so zu erzählen haben. Das wird auf jeden Fall sehr lustig. Der könnte auch ein bisschen länger werden vielleicht. Vielleicht. Ich gehe einfach mal davon aus und ja, hoffe, dass ihr auch mal die Bewegtbild-Banausen auscheckt. Und natürlich die Film fressen unserem Podcast Szene viel und unser Merch auf shirtie.de. Ich verabschiede mich einfach mal. Tschüss Peter, tschüss Film fressen Familie. Bis nächste Woche. Dann verabschiede ich mich auch. Wünsche eine schöne Woche. Berücksichtigt und befolgt bitte. den Hashtag geht ins Kino und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn die Film fressen mit den Bewegtbild-Banausen zusammen einen Mega-XXL-Podcast aufnehmen. Bis dahin.